Im letzten Part haben wir Misty besiegt, Freunde, und nun geht es weiter, let's go! Oh, wie nett, du Texto! Hm, hm, ola! Oh, ey! Freude schreit an deinen neuen Orden an, wie süß! Was geht bei Pikachu? Aber es wird auch was von uns. Pikachu! Pikachu! Oh, aggressiv, ja, bin ich auch gut unterwegs jetzt! Pikachu, aber freut sich über den Sieg! Ja, du kleine, 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 kleine! Ah, da ist mein Gottchum! Ola, wo ich mein... Jetzt, jetzt! Ola, kleine, 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 kleine! Genug Liebe? Dankeschön! Okay. So, jetzt können wir raus, let's go! So, Freunde, und jetzt müsstest du gehen mal hoch, denn da ist schon irgendwas passiert, da war Böse im Busch da oben. Oh, wie Texto sieht so nice aus. Und sah hin wie erstmal unser Pokémon. Und dann geht's direkt weiter Richtung Oraner City. Ziel für heute, Oraner City, die auf jeden Fall ankommen. Sollte klappen, hoffentlich. Let's go, guck mal. Schauen wir mal. Die... Oh, guck mal, geil, wie geil das aussieht. Jetzt muss ich nur noch Schige entwickeln. Aber das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Vielen Dank für deine Geduld, ja, kein Thema, alles gut, alles gut. Ich berge sie bald wieder, ja. Alright. Blutect Ace, guck mal, wie geil das aussieht. Einfach Blutect so. Das haben sie echt schön gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht, um mal zu sagen. Ah! Hey, gib mir sofort mein Pokémon zurück. Schige, was machst du? Wieso Schige so akkassiert? Schige? Hier geblieben. Oh! Oh! Da ist, wie gesagt, böses im Busch. Was ist denn hier los, Leute? Oh, Pikachu? Ja. Jetzt Detektiv Pikachu. Freunde. Detektiv Pikachu. Haha. Ja, was passiert Pikachu? Sag mal. Hm? Was sagst du? Hast du Hunger, oder was? Boah, was denn da passiert so mal? Leute, was denn hier passiert? Hallo? Mate? Das ist ja, was Team Lock in mein Haus angekriegt hat. Sie haben mir sogar ein TM gestohlen, mit der man z.B. Menke oder Sander an die Attacke Schauer dabei bringen kann. Hol' ich mir zurück. Und, wie geht's ihnen? Die Sandung von Team Locker hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus allem. Anschein nach eine für diese Pokémon brauche und die Löcher geben können. Graben können. Graben können. Vor allem die graben können. Die Löcher graben können. Okay. Okay. Das sah gerade weird. Alright! Ey du da, du kleiner... Ey du da, ich hab zu dir du da gesagt! Mach mir nicht nach! Du, du, Ripple von Team Rocket. Ich find's so geil, dass ihr keine Namen habt. Weil ist er einfach nur Ripple. Oh, Radikal! Ist es... Auf geht's! Wenn er Superzahn hat, dann tut er... Superzahn tut immer... Was? Superzahn? Was? Die Hälfte meiner Kraftpunkte... Also tut immer meine Kraftpunkte halbieren. Falls Superzahn war. Okay. Schaden macht er auf jeden Fall. Er ist auch schneller als wir. Oh... Ich glaube, wir sollten shitty auswechseln. Oh, wir packen mal Pika-Meow ein. Let's go! Einfach reinwerfen. Komm her, kriegst einen fetten Donnerblitz. Noch eine Blitze! Oha! Yeah! Her mit der TM! Her damit! Yay! Shige entwickelt sich jetzt auch, Freunde! Nice! Wurde zu Sherlock! Let's go! Let's go! Wie geil ist das denn, bitte? Wie nett! Schillock hat auch irgendwas so verspieltes an sich, so richtig so. Der wurde so zum Rüppel, sag ich mal. Ja, Schigi war so süß, Schillock wird so zum Rüppel so frech. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Okay. Jetzt her damit! Ja, her damit, Mann! Und jetzt nicht ab. Hau ab, kramp. Lässt du so, wie auch, weißt du so. Aber was geht jetzt hier? Hat sich der Fall gelöst? Ist die Polizisten noch da? Ey, ich hab deine TM. Ja, ich schenk sie dir. Oh, okay. Danke, ciao. War nett. Auf jeden Fall nett. Appreciate it. Alright. Direkt mal runter. Normalerweise... Ja, da können wir noch nicht in Corona sicherlich zerschneiden, aber ich stehe. Wartest du irgendwas sagen? Nope. Okay. Hier geht's zur Tension. Lass mich erstmal hier so einen Blick werfen, was hier abgeht. Yeah, okay, nice. Feuerheiler! Okay. Ja, damit. Gute 5. Ist schon hier. Dann würde ich mal sagen, lasst uns von hier so zur Pension. Und dann kommen wir da eh runter. Es sei denn, wir passen hier links und rechts irgendwas. Taubsiegel. Was? Warte, fährst du. Du, 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 du. Oh, ja, 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 ja. Warum hat das hier schon Fucano? I love this game. WP100 einfach. I love this game man. Da packen die einfach einen Fulcano raus. Und ich hätte gerne Fulcano und einen Premier Ball. Ja, habe ich einfach mal so beschlossen jetzt. Ich denke, dieser Pokéball sieht für ihn nice aus. Let's go. Oh, ist ein bisschen schwieriger zu fangen, aber egal. Ich gebe mein Bestes. Oh. Fulcano? Nein, nein. Fulcano, bitte nicht. Bitte nicht, Fulcano. Fulcano, nach langsam, bitte. Bitte, Fulcano. Gehst du mir so etwas ruhiger? Okay, mach mal Platz. Fulcano, mach Platz. Mach Platz. Mach Platz, Fulcano. Setz dich hin, setz dich hin. Ja, das gab es. Komm mal schon. Komm, komm, komm. Was? Fulcano? Fulcano, du haust mir jetzt nicht ab. Du haust mir jetzt nicht ab, mein Freund. Fulcano, übertreib mich. Fulcano, komm, komm. Fulcano, komm. Ja, komm, Fulcano. Ah, Fulcano. Yeah, nice, 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 nice. Einfach ein Fulcano. Warum? Geil. Aber warum? Geil. 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 Fulcano ist geil. Fulcano ist geil. Aber wir haben schon ein Feuer-Pokémon. Pumeluf. 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 Ja, wir haben schon ein Feuer-Pokémon, legit. Ja, wir können, ähm, ähm, äh, wir haben auch Poké-Bälle am Schott. So. Wieder Poké-Bälle nehmen. Huh. In deine Fresse. Bzzzzzzzz. Bzzzzzz. Mach langsam, ey. Komm schon. Pumeluf. Die Idee. Ah. Fulcano. Oh mein Gott, wenn es zu Arcani wird, können wir wahrscheinlich... ...auf ein Reiten, glaube ich, schätze ich. Ja, doch, doch. Hm. Aber wir brauchen noch für ihn Feuerstein, also. Fulcano tut mir leid, aber... ...wenn ich die Wahl hat, Glu-Tex oder Fulcano sammeln, ist Glu-Tex und im Team an zwei Pokémon. Dies tut mir leid, mein Freund. Dies tut mir leid. So geil du auch bist, aber ja. Ich hab' Trip. Leather-Trip. Okay, gut. Das war'n zwei neue Pokémon, die haben angefangen. Krass, dass die Fulcano kommt, wirklich. Krass. Drei Super-Bälle. Nice. Und zwar kann man den Pokémon Pension abgeben. Ah. Gechillt. Hallo. Hallo, Mann. Super-Spezial-Opa. Du fragst dich ja, warum das so ist. Oh, dieses Grems kann ich nur außergewöhnlich guten Pokémon-Trad verraten. Wie man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trad verraten wird. Nein, indem man sich den Titel des Champs verdient. Wow, okay. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Ja, ich würde gerade Pokémon abgeben. Achso, nee, nicht von meiner Box. Ich geb' hier mal, ähm. Ich geb' hier mal ein Ding ab. Carpador. Und wenn du's mal Level 20 vorst, holen wir das ab, geben wir ein Level und dann haben wir einen Garados. Ja, aber bis zum Anfang haben wir sicherlich 100% Garados. Ähm. Hm. Man kann auch Pokémon, wie gesagt, zu Professor I schicken. Dann bekommt man, äh, Candy war das, ne? Ich schicke mir mal einen hier an Professor Schicken. Achso, man kann direkt mehrere schicken. Das ist doch, das ist doch schön. Das ist doch schick schön. Das ist doch schick schön an der Stelle. Ich katsche mal die alle kurz so weg. Ein paar einfach mal. Jetzt so, verschicken. Boom, Y. Was, äh. Ey, vielen Dank für Transer. Blah, 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 blah. Sechs Hauptgeschickt. Blah, blah. Blah, blah. Dann bekommen wir eben so Bonbons. Und mit den Bonbons können wir quasi die Statuswerte unserer Pokémon erhöhen. Okay. Aber. Ähm. Hm. Oder wir geben Sand an. Lass Kapo da abgeben. Lass Kapo da abgeben. Ups. Äh, dein Team zum Zufügen. Genau, Sherlock mal kurz raus. Und dann gehen Kapo da hier ab. Let's go. Ja. Kapo da einmal annehmen, bitte. Genau. Kapo da war schön. Wir sind jetzt halt irgendwann, wenn ich dich nicht vergessen habe, Kapo, da komme ich wieder zu. Okay, das sieht schon traurig aus. Gib dem doch ein bisschen Wasser, bitte. Was soll denn das? Bitte. Könnt ihr ihm ein bisschen Wasser geben? Das sieht traurig aus. Ey, bitte. Gib ihm... Also, ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Bitte. Oder ein Planschbecken zumindest. Das sieht doch übertrieben traurig aus. Keiner weiß. So, und ich hole mal hier rüber. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zitzen. Bam, bam. Und das kann so bleiben. Okay. Alright. Kapo da, ciao. Wir sehen uns. Okay, da haben wir wahrscheinlich nicht der Pass. Rechts und links. Hier haben wir was. Ah, jetzt halt mal. Ist der Anski wieder? Dich da wieder der Anski? Ich komme gleich Anski. Ich komme gleich. Ich passe auf. Warte auf. Ich hoffe, du warst im Gym. Sonst gibt es Ärger. Und es wird noch härter. Nein, Spaß. Hier können wir eigentlich nicht durch. Sollten wir nicht durch. Moment, Moment, Moment. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja, okay. Kriege ich erst in... Was ist, glaube ich? Für den Norden. Naja. Erst in die. Wie? Oh, hier ist er. Und wie geht es mal, Freund? Da kommt man erscheint nicht durch. Achso, ja, habe ich ja mitbekommen. Ja, dann muss man hier durch, ne? Aber wir können uns Unterführung nehmen und nach euch jetzt kommen. Da hat man es bloß gesehen. Dann sind wir. Höh? Guck? Halt mal kurz, stimmt. Was machst du? Hashtag noch Homo. Also, also, nie. Was war das? Also, Hashtag noch Homo. Also, bitte? Alles, also, bitte. Oh, ho, 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 ho. Hahaha. Oso, das wurde jetzt. Ja, fisch, für die, führte ich auch ein Star. Ja, nimm doch ein Star. Es ist einfach, da kommt das selber bei raus. Ja, finde ich auch ein Star hier. Ich tolle Atmen. Genau. Mein Traum ist ja, ja, kein Ding. Da kriegst du, gibt's praxis und dann ist die Sache gegessen. Ja, nimm, nimm ruhig. Gibst du ein Stone, passt zu uns, alles gut. lange geschichte mein freund ja ja so eine lange geschichte genau vom schlechten pokémon ja ja lass sie vergessen das go auch ein wir sehen uns ich dachte wir kämpfen aber ok wenn ich kämpfen willst dann sieht man sich halt dann sieht man sich halt irgendwann ok es geht ab schön gut sich so aus wenn ich auf die schweif ja 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 kenne ich kenne ich hier damals als ich in der gelben edition durch bin immer gedrückt die ganze aber da immer was gekommen ist ich bin von oben nach unten immer so eine linie jetzt diese rote linie zu euch runter immer gedrückt dann die andere wieder und so und so fort und da ist das immer immer was gejob ist auf jeden zahlen das ist schon ganz nett aus ne das haben wir echt gut gemacht hier sind echt gut gemacht sind echt nett aus ja es sieht ab und sieht geil aus sehr geil aus hey schon viele leute haben in dem flug dinge verloren das liegt wohl daran das ist ja eben siehst du musst du nur ein bisschen nachgucken und dann findet man sicherlich das ein oder andere genau weißt du kann du würde eigentlich heran jedes wellness zu sehen aber das dann hat wiederum das nervige dass nicht jedes sich fangen lässt direkt aus dem handgelenk war das was 18 korrekt okay wir haben zwischendurch eben ein anderes pokémon gefangen sonst würde hier fang siege zwei jetzt stehen eigentlich es sein ist wirklich im selben gebiet sein also da oben super dran komm wie lässt sich da auf der schulter sitzen als würdest du fast unterfallen so oft aus der perspektive so ein text ist ganz gechillte der dreams freunde ist die spür sind nicht die spür nase ist die spür nase ok zeit man sie irgendjemand von die sollte ein smed bohr haben falls es sich nicht geändert hat ich bin schätze ok das habe ich auch ganz das habe ich ganz kurz falsch gelesen ein süß komm herr schiller manche immer langsam schilder hey bitte es ist immer noch ein evoli das arme ding macht bloß langsam mein freund ok ok ganz los geht geht voll aus voll drauf voll drauf ein volltreffer alles ganz eskalieren blubber oh nice und Initiative sing perfekt sehr schön ah ist ah guck es geht auch so ok schluck komm schon zeigt was schluck 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 das macht halt nur ruf zu geht die ganze zeit das war gut text rein let's go der ist schon bereit der ist schon bereit zeige ich euch der ist schon bereit boah es sieht so geil aus zu text so haben sie so geil gemacht krass aber wir brauchen bessere attacken für unsere pokémon ja im ernst so ernst nimmst du das spiel nimmst du das spiel wirklich so ernst wirklich wirklich nimmst du das spiel so ernst dass du grad echt ein pokémon gehit hast ein npc aber predusion aber das kann ich auch meine freunde nur habe ich leider nur ein superbrin und tränke ja aber jetzt komm wenn das nochmal heat abonnt das sollte nicht das wird übertrieben rückzukeep evoli rückzukeep warum so nervig als raus mit dir kommen was mir nein so wie sie es warum geht das so süß drauf es war echt süß megablock das ist ein duokampf da flieger einfach ein tauburger das ist nicht meins was ganz gut zu machen ja schiller kiki heim noch mal und dann heim wechselt du kannst du kampf ist doppelkampf könnte es echt im sand werden so eine abwechslung und ist 1 nancy was los hast du dich mit deinem freund duran weit nicht nur so wie du klinge auch brutal nido klinge aufgeregt ich habe das gefühl dass es auch ein bisschen lange dauert hätte mit schluck und das war ein radfahrtskämpfen kommt man lange nicht mehr gesehen radfahrts rein mit dir das alola form gibt ist nice so ein alola vulpix ist richtig nett alola dikta freunde back to the 80s sag ich nur wofür wofür die legend das ist gebracht habe ich habe mich kaputt gelagte damals so knüscher Ausflutieren! Doppelticht! Oh oh, sehr pepig! Noch einmal Knirscher bitte! Bidi? Okay, nice! Heiße! Sehr schön! Ich glaube, in Level 20 entwickelt sich Radfahrts, glaube ich. Glaube ich. Pika-Mau! Oh nein! Sayonara! Oh! Shit! Ah, du steckst du rein mit dir! Let's go! Oh, wenn der zu Glurak wird, das ist so geil! Pummeluf! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Der andere hat sicherlich einen Duran-Männ-Lichtern! Kann ich mir gut vorstellen! Werden wir gleich sehen! Kann ich aber echt gut vorstellen! Nice! Okay! Sehr schön! Oh Mensch! Blablabla! Ich hab verloren! Ja! Raus mit dir! Und du? Ich hab mal frech für deine Größe! Felix! Felix! Es ist fertig! Felix, wo warst du? Draußen! Draußen ist groß! Ja, draußen ist groß! Du sei selber! Kennt ihr das? Wer kennt das? Wer kennt Felix? So eine Katastrophe war das! Ah, der kennt den Duran! Fast jede Attacke, die eine Chance auf eine Vergiftung hat, sitzt gerade irgendwie! Hab ich das Gefühl! Raus mit dir! Oh je, Schillock! Schillock! Ja, die Duran-Männlich jetzt! Die Kamera, komm! Klär das mal mit dir! Pika Pika! Du hast nur Giftzahnt, genau! Nidoking wird das nicht tun! Ja, ich gest' schon! Nidoking, ja Nidoking hab ich gesagt. Naja! Kämpfer Felix! Außen ist groß! Du außen ist groß! Weiß selber! Oooo! Oooo! Hau nicht ab, 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 wohin gehst du es doch mal? Wirst du wieder nach Azu Gäste ziehen? Keiner weiß. Boah, 131 WP. Was? Krass. Aha. Ah, hör auf. Hör auf. So fäll ich mich nicht ab, mein Freund. So fäng ich mich nicht an. Idee. Nice. Sehr schön. Darauf erst mein Finger. Und jetzt sind die Fangsäge 2. Genau, nice. Und der war schon recht stark. Nein. Ah, du moa. Jetzt sollte ich glaube ich abbrechen, die Fangsäge, weil wir in andere gucken. Begegnet sind's. Du musst halt echt aufpassen, was man immer zu den Pokémon läuft. Könnte schwierig sein, ohne Spaß. Ohne, wenn man kein U-Trends hat. Tauburger? Tauburger? Ich hab schon Tauburger. Müsste ich unbedingt jetzt sagen. Ey, was geht mit dir? Und mein Team ist stark, ja. Wie ist sein Team? Sollte nicht der Smedbo haben. Basti, komm. Tentacher. Oh, Gott. Ha, 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 ha. A-la-la-la-la-la. Der Dache. So, Pokémon. Bigga, ma-au. Raus mit dir, komm. Bum. Bum. es geht los aber es war so gruselig mit dem schulterblick von ihm im letzten part ohne spaß macht er das hier auch jetzt erstmal ich hab wieder mit dem top geachtet warte mal oder zu in so arena kämpfen oh nein hör auf du bist das ist zu gruselig gacho das geht gar nicht das ist zu gruselig das ist wirklich zu gruselig gemacht keine ahnung werden das ist zu gruselig das ist so ok ja gut pummelfahrer ja aber wir bekommen da wieder ein was heißt wieder kommt auch ein schick noch eigentlich aber ich habe gefangen ah jetzt ist die sache ich habe meine box bisschen gelehrt steht das im potec pokédex die ich gefangen habe bis jetzt hoffentlich gefangen ne insta gesagt von 59 da unten steht es ok ja wahrscheinlich muss ich wieder pokémon fangen das ist ein doppelkampf bitte ja nein oder nein lol hört auch ruhig ein doppelkampf sein kann naja egal danach sind wir noch bei der city nice knofenzer 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 wie geil knofenzer aussieht wie witzig sarsenia so ist sarsenia richtig aggressiv immer im anime gewesen so kam er aus seinem pokémon hörst du mit dir kommen miau 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 ja ich will kämpfen kämpfen will ich kämpfen leoni oh ok das tut mir zeit blubber ein blubber sollte das klären blubber oh ok krass immer noch vergiftet dass du das schellack klären witzig All right, so das wäre auch geschafft, Freunde, und wir sind Oranjas Shiggy, 60, okay, ich wusste es. Die Sache ist, wir haben eigentlich schon einen Shiggy im Sherlock. Also, ich hätte natürlich nichts gegen, hm, ich gebe meinen Sherlock nicht weg, das, ne, ich habe mir auf jeden Fall, ne, Sherlock gebe ich nicht weg, haha, sa, ne, Sherlock, auch wenn es wegen Wesen besser sein könnte, aber vor allem, ich spiele das nicht auf Pro-Ebene, wie gesagt, ich will einfach nur Spaß haben hier auf jeden Fall, 60 Pokémon wollte sie, lasst uns hier noch unser, äh, hier, Shiggy von, wie hieß die nochmal, die Polizistin, Schwester, Rocky? Nee, 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 ich habe den Namen vergessen, lasst mich wissen in den Kommentaren, Schwester Joyce, natürlich vom Pokémon Center, ist es nie Rocky? Ich weiß gar nicht mehr. Komm, wir müssen noch ein Pokémon fangen, und dann kriegen wir Shiggy, dann holen wir uns noch Shiggy, Shiggy, Shiggy in diesem Part, Freunde, und dann schließen wir ab, und Oranjas City haben wir, wie gesagt, geschafft, beziehungsweise sind wir dort, da sind wir angekommen, wo wir angekommen wollten. Oh, oh, Fulkanu, komm, ja. Oh, genau, dann können wir ab dort wieder weitermachen, aber jetzt holen wir uns erstmal Shiggy. Und es kann aber auch sein, dass ich ein bisschen mehr, oh. Vielleicht ein bisschen mehr als 60 braucht, weil der Dude da hinten wollte, nee, Oma hat gesagt, mindestens 50, und mit 3 und 50 habe ich erst, ähm, nochmal damit kommen. Oh, was war das, unser, du? Schau besser, schau besser. Okay, muss ich aber auf jeden Fall überhaupt, ähm, nicht, oder, ja, ich darf es nicht vergessen, dass ich mir eine Pokébälle, eine neue Pokébälle holen sollte, mehrere Pokébälle. Okay, noch ein Fulkanu, nice, okay, sehr schön, jetzt bin ich gespannt, ob wir direkt Shiggy bekommen, wenn ja, wäre es echt noch, ah, die Fangsiri hielt noch, habe ich das richtig gesehen? Okay, kann mich vielleicht auch täuschen, dass, wenn man einen anderen Pokémon begegnet, dass die Shiny Rake dann quasi für das eine mit der Fangsiri senkt, senkt. Freunde, dann einfach schauen, oder ich werde mich da einlesen, sag ich mal. Okay, speichern wir trotzdem mal ab, und wir kommen jetzt hier, Shiggy, Shiggy. Yay! Ja, ich kümmere mich gern, Shiggy, Shiggy. Ah, das sind die Feelings, aber es war trotzdem auch geil, dass wir den Willis Shiggy gefangen haben, ne, ist ja echt geil. Das ist schwerer als meins. Okay, interessant, wollen wir uns das Shiggy noch ganz kurz ansehen, Freunde, dann machen wir Schluss, wie gesagt, für heute, oder diesen Part, besser gesagt. Ähm, und dann geht's im nächsten Part direkt weiter, in Orania City. Bericht, und was geht mit Shiggy ab hier an der Stelle? Locker, ey, der schlocker Flockig und seine Verteidigungsinitiative runter, könnte man vielleicht mitnehmen. Wir behalten auf jeden Fall unsere Shiggy-Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zusehen in diesem Part, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, Freunde, peace. Bis zum nächsten Mal.